Jetzt hoffe ich mal, dass auch alles funktioniert. Ja, da sind wir schon. Also dieses Riesenglas müssen wir echt eigentlich mit zwei Händen nehmen. Der hat die Reka, meine Fähigkeiten zum Bier trinken, ein bisschen überschätzt. Ich bin da etwas unerfahren. Weil normalerweise trinke ich gar kein Bier. Ich glaube, das kann ja nicht sein. Jetzt habe ich so viele neue Follower. Kann das sein? Oder ist das wieder so ein Spam-Angriff? Also auf jeden Fall erstmal Hallo an alle neuen Follower. Und der Ex-Westfale ist da. Ex-Westfale, hast du vielleicht mal Lust, in den Discord zu kommen? Obwohl, ist der Marco eigentlich da? Weil ich würde gerne nochmal über Aiwisch sprechen. Und ich möchte auch nicht nur meines Sicht... Ja, der Marco ist da. Nicht nur meines Sicht, weil ich, wie gesagt, bin da ein bisschen skeptisch. Ich finde es unmöglich, dass man Autos anzahlen lässt und dann teilweise über Monate das Auto nicht liefert. Nicht anzahlen, komplett bezahlen lässt. Anmeldet, versichert und dann das Auto über Monate nicht geliefert wird. Also finde ich richtig kacke. Also, Michael, wenn du Lust hast, komm doch auch nochmal an Discord. Ich zeige auch gerade hier nochmal den Link. Moment. Discord. Das hat der liebe Sebastian eingerichtet, aka What's to the Wheels. Da könnt ihr in den Discord kommen. Und weil wir gerade beim Discord sind, da sind ja auch wieder ganz, ganz viele liebe Zuschauer und auch die weniger lieben Moderatoren versammelt. Also holen wir die mal mit in den Stream. Dann können die nämlich mal sagen, was sie vom iWesu5 und diesen Methoden halten. Und wir fragen mal nach der Erfahrung von Marco. Also. Hallo, lieber Discord. Wollt ihr Hallo zum Stream sagen? Hallo. Hallo, Tschüss. Hallo. Hallo, Tschüss. Hallo, Tschüss. Grüße. Hallo, guten Abend. Guten Abend. Okay, das waren schon alle. Ja, nö. Marco. Ah, dann Armin noch. Armin. Oder Arim. Arim oder Armin? Arim. Hallo, Arim. Ja, Arim. Gut. Auch Hallo gesagt. Also, haben wir alle durch, hoffe ich. Und jetzt, Marco, bist du da? Ich bin da. Willst du mal über deine Erfahrungen berichten? Kann ich gerne machen. Also, wie lief es bei dir ab? Du hast bestellt. Wie lange musstest du warten, bis du die Aufforderung bekommen hast, die Autos da, jetzt bezahlen? Und wie lange hat es gedauert, bis du dann das Auto hattest? Ähm, Moment. Erstmal den Stream leise machen. So, bestellt hatte ich am 1. Oktober. Also, auch einer der frühen, relativ frühen Besteller, ne? Genau, einer der Vorbesteller quasi. Auf die ersten Videos, die da so halt online kamen zu dem Auto. Ja, damals hieß es ja noch, äh, Auslieferungsstart, äh, für die Vorbesteller im Dezember. Und Anfang Dezember kam dann die Nachricht, ja, mit Dezember wird es wahrscheinlich nichts, äh, wird wahrscheinlich Quartal 1, 21. Aber, ähm, wir garantieren Ihnen halt den Rabatt auf die 16% Mehrwertsteuer. Soweit erstmal alles gut. Ja, das Quartal 1 verstrich dann, irgendwann, wann das, Mitte, Mitte März kam dann, äh, die Zahlungsaufforderung, also die, die, die Rechnung für das komplette Auto mit Zahlungsziel etwa eine Woche, war das, glaube ich. Mitte März? Mitte März, genau. Okay. Ja, danach, nach dem, was man halt so gelesen hatte, von, von da bis, dauert das halt noch, kann das halt noch so zwei bis vier Wochen dauern, ja, okay. Ähm, ja, dann ging noch mal zwei Wochen ins Land und kurz nach Ostern kam dann, äh, eine E-Mail von iWaze mit, ähm, einem Link zu dem DAD, zu dem Zulassungsservice, dass die mit der Zulassung soweit sind. Und da halt noch ein paar Unterlagen brauchen, äh, dass man die da hinschicken sollte. Und in dem Zuge habe ich dann auch bei meiner Versicherung angerufen, wegen der, wie ist es EVB, wegen dieser Versicherungsnummer da. Ähm, ja, äh, ja, äh, die hatten dann gleich, gleich mal nachgefragt, wegen den, hier diesen Fahrzeugkennenziffern, äh, daraufhin hatte ich bei, ähm, bei meinem Euronics-Partner angerufen, und der konnte mir zumindest bestätigen, dass da kurz nach Ostern die Fahrzeuge schon in Deutschland, in Deutschland werden. Okay. Also hast du das Auto angemeldet, oder anmelden lassen, und auch Versicherung wurde, natürlich für die Anmeldung brauchst du ja eine Versicherung. Genau, die Anmeldung hatte der, der, der Zulassungsservice dann, ähm, am 13.04. gemacht. Es stand, äh, stand in den Papieren drin, also die, die, die Papiere selber hatte ich dann Ende der Woche, Ende von der Woche, was waren das, um die 17. oder sowas gewesen, äh, bekommen. Äh, Papiere mit Kennzeichen und sowas. Ähm, ja, dann war erstmal nichts weiter passiert. Eine Woche später hatte mich die Versicherungstante halt angerufen, mit, ähm, was denn nun ist, weil sie haben, ähm, Nachricht bekommen, dass das Auto dazu gelassen wurde, und, äh, aber der, der, die, die Versicherung, der Vertrag selber halt noch nie unterschrieben wurde. Na, da hatte ich dann, der halt auch mitgeteilt, dass das Auto noch nicht da ist, und das alte Auto halt auch noch weiterläuft, als, als Zweitwagen dann auf dem Vertrag. Ähm, ja. Wie mein Kona aktuell auch noch, der läuft als Zweitwagen auch weiter. Ja, nochmal, so lange, so lange kann man es, ja, kann man das alte Jahr noch nicht abgeben, ne? Genau. Und wann hast du es jetzt bekommen, dein Auto? Wir erinnern uns, hast, Ende März hast du bezahlt, ne? Ja, Mitte, Ende März, irgendwie sowas. Ähm, Ende April, was Ende April, ja, genau, genau, dann hat, äh, iWaze nochmal eine, eine E-Mail rumgeschickt, dass sie sich in, in der nächsten Woche, also die erste Maiwoche, telefonisch bei, bei einem Melden, äh, das war dann auch passiert, und da hatten sie dann gesagt, ähm, dass es wohl, dass es wohl, KW-22 wird. Und KW-22, ähm, müssen wir mal gucken, was das ist. KW-22 war die letzte Woche. Also, Juni. Genau, die erste Juniwoche, beziehungsweise 31. Mai wäre auch noch in die Woche gefallen. Also, kurz zusammengefasst, du hast, äh, Ende März bezahlt und hast dann zwei Monate oder über zwei Monate auf dein Auto warten müssen. Ja, anderthalb zumindest, auf jeden Fall. Wie findest du das, äh, Marco? Die Versicherung konnte ich noch, äh, ein, äh, vier Wochen nach hinten verschieben, soweit ging das, ging das noch, aber halt auf das Datum vier Wochen, also 13.4., 13.5. musste, musste dann der Vertrag halt loslaufen. Ja, schön ist es nicht, aber im Grunde hat sich dann doch eher die, die Vorfreude auf das neue Auto, dass es dann eigentlich doch bald kommt. War, 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 hast du von weiteren Leuten aus dem iWays Bestellerkreis gehört, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben, oder denkst du, du bist der Einzige? Was ich so in den Foren gelesen habe, haben da viele aufglühenden Kohlen gesessen. Okay, also es gibt doch, äh, mehrere Fälle, wo das so gelaufen ist, oder wo auch Leute heute vielleicht sogar noch aufs Auto warten. Ja, da geh ich mal von aus. War ja auch in deiner E-Mail der, der andere Kollege. Äh, ja, also nach dem, was der, äh, Herr von iWays mir da gesagt hatte, zu dem Zeitpunkt waren halt irgendwie, äh, irgendwas um die 90.000 Fahrzeuge in Bremerhaven und die kamen im Hafen selber nicht weiter. Die wussten selber nicht und hatten irgendwie einmal in der Woche ein Update von, von dem Logistiker dort im Hafen, ein Update über die, äh, verarbeiteten, ausgelieferten Fahrzeuge dann bekommen, was dann da den Hafen verlassen hat. Ja, also, ähm, ich gebe jetzt mal meine Sichtweise da drauf. Solange das Auto nicht beim Euronics-Händler steht, sehe ich keine Veranlassung, warum man als, ähm, äh, als Verkäuferfirma, als iWays GmbH da in München von den Kunden Geld verlangen sollte. Weil solange das Auto nicht da ist, nicht auf dem Hof steht, warum soll der Kunde für eine Ware bezahlen, die noch nicht mal da ist? Vielleicht fällt er dann vom LKW und man hat das komplette Auto gekauft. Das ist jetzt auch nicht ausgeschlossen, ne? Mich würde mal interessieren, was sagt denn der Rest im Discord zu dieser Vorgehensweise von iWays? Findet ihr das gut oder findet ihr das auch ein bisschen merkwürdig? Geht gar nicht, aber genau so gewesen zu sein. Moment, ich glaube, Hotbird war zuerst, Hotbird? Ich sag, das geht gar nicht. Bezahlen, äh, bei Übergabe, also dann, wenn mit Überweisung, drei, vier Tage vorher, aber nicht mehr. Ja, aber das Fahrzeug müsste da sein, oder? Ja, es müsste, es müsste abholbereit bei, äh, Euronics oder sonst wo, wo man, wo die Übergabe ist, stehen, dann zahlt man, dann musst du halt eventuell zwei Tage warten, wie betätigt ist, dass die Überweisung da ist, ja? Und, äh, dann kannst du es abholen, ja? Aber nicht länger als zwei Tage. Ja, sehe ich genauso. Marc, du wolltest auch was sagen? Ja, ich habe mitgekriegt, dass bei, ähm, Polestar auch sowas vorgekommen ist, ne? Ja, aber macht es das besser? Nein, aber ich habe noch nie ein Auto gekauft, äh, nie ein Auto vorher bezahlt. Ich habe mir mal Bargeld gegen Auto. Okay, also du hast sogar bei Abholung erst bezahlt, ne? Ja, bei Abholung. Das Auto kann ja über Nacht fertig gehen, dann hast du das Auto weg. Ja, das ist auch immer meine Bedenken. Ich habe jetzt dreimal einen, äh, Neuwagen gekauft und ich müsste mal gucken, wann ich überhaupt, ähm, auch jetzt, wo ich den Kona gekauft habe, ne? Also bei, als ich das Auto in England gekauft habe, musste ich dann, bevor ich, ich bin am nächsten Tag geflogen, oder beziehungsweise schon eine Woche vorher, habe ich da auch bezahlt, aber das ist eine Niederlassung von BMW gewesen, ne? Aber es war auch gegen meine normalen Geflogenheiten. Da es aber eine direkte Niederlassung von BMW in London war, habe ich gesagt, ich gehe das Risiko ein, ich überweise das Geld. Und die haben auch gesagt, sie können das Auto da und da dann abholen. Und das habe ich dann auch gemacht. Aber das war schon grenzwertig. Ich konnte halt insgesamt 12.000 Euro sparen im Vergleich zum Kauf in Deutschland und dann habe ich mich darauf eingelassen. Aber auch beim Kona war es so, das Auto war da und dann habe ich bezahlt. Und nicht anders. Und, ähm, jetzt bei dem, äh, Mustang Mach E bin ich ja zum Jürgen gefahren, habe mir das Auto angeguckt. Das mit der Heckklappe habe ich halt nicht gemerkt, auch bei der Abholung nicht. Das Auto stand da und dann habe ich zu ihm gesagt, ich überweise dir heute noch, ähm, 25.000 Euro und den Rest überweise ich dir morgen, weil ich halt so eine Begrenzung auf dem einen Konto habe, wo ich nur 25.000 Euro auf einen Sitz überweisen kann. Und dann hatte der, ähm, innerhalb von 2-3 Tagen das Geld. Es hat ihn aber auch nicht weiter interessiert, weil er, äh, ist sowieso davon ausgegangen, dass ich das bezahle, ne? Also, die meisten Händler haben auch, glaube ich, kein Problem, äh, wenn sie den Kunden kennen, zu sagen, okay, das Geld ist nicht da, aber Auto kannst du schon mal mitnehmen. Würde ich jetzt einfach mal behaupten. Weitere Meinungen zu dem Vorgehen von IWIS. Oder Marc, du wolltest noch was sagen? Der Händler von mir wollte es unbedingt vorher haben. Er hat gesagt, Geld gibt es erst, wenn ich das Auto habe. Moment, nochmal Marc, das konnte ich jetzt nicht hören, wegen dem, wegen der Burg. Ach so. Nee, ich sage, mein, mein Händler hat sich nicht darauf eingelassen, dass ich sage, ich überweise ihm das, wenn ich das Auto habe. Nein, der wollte das Geld vorher haben. Aber da habe ich gesagt, Geld gibt es erst, wenn ich das Auto habe. Also habe ich das Geld bar mitgebracht und habe das in die Hand gedrückt. Und dann war das in Ordnung. Wie viel hast du dann bar? Weiß ich nicht, weiß ich, 15.000 Euro oder sowas. Okay, wir machen hier gerade mal einen kurzen, kurzen Präg, weil es gibt wohl ein paar Liegestütze, darauf hat mich der liebe Otto hingewiesen. Wir machen sofort weiter. Aber erstmal, damit ich das nicht komplett verpasse, mal schauen, wo geht es denn los? Also, ähm, Moment, Moment, Moment. Ich gehe mal ganz nach oben. Ähm, tup, 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 tup. Also, hier war das mit dem Discord. Hier geht es los. Also, Martin hat, ähm, 14. Monat auf Stufe 2 abonniert, lieber Martin. Vielen Dank. Wäre ihr Priege, Edith. Und das schon im 8. fortlaufenden Monat. Also, Tier 2 gibt zwei Liegestütze, ne? Also, für den Martin zwei Liegestütze. Dann hat er L30NFX abonniert mit Amazon Prime. Lieber L30NFX, vielen Dank. Ist das Lexus? Steht das für Lexus? Könnte sein, ne? Eine Liegestütze. Dann, ähm, ähm, ne? Jagdbruder hat abonniert. Im siebten Monat, aktuell im dritten fortlaufenden Monat, lieber Jagdbruder. Vielen Dank. Wäre ihr Priege, Edith. Eine Liegestütze. Jagdbruder heißt das. Wie? Ach, Jagd. Genau, Jaguar. Da hast du dich auch beschwert. Ja, Jagdbruder. Also, Jagdbruder. Für Jaguar. Oder Check. 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 Dann der Nikon hat im ersten Monat, äh, auf Tier 1 abonniert. Zwei Monate, aktuell im zweiten fortlaufenden Monat, lieber Nikon. Vielen Dank. Wäre ihr Priege, Edith. Eine Liegestütze. Check, Bruder. Check, nicht Jagd. Ich sag immer wieder Check. Dann der Elektroalien hat einen Punkt gecheert. Vielen Dank, lieber Elektroalien. Schreibe ich mir auf. Eins. Dann der Jörg hat im siebten Monat, äh, vieler fortlaufender Monat abonniert, lieber Jörg. Vielen Dank. Wäre ihr Priege, Edith. In Hard Times. Eine Liegestütze. So. Dann der Rainer hat, ähm, auf Stufe 1 abonniert. Schon im zweiten Monat, lieber Rainer. Vielen Dank. Wäre ihr Priege, Edith. Eine Liegestütze. Ähm, dann mal weiter. Dann der Fraber. Abonniert schon zehn Monate. Schreibt mir hier Twitch. Vielen Dank. Wäre ihr Priege, Edith. Eine Liegestütze. Das sind wir schon bei neun. Also eine mehr, als der Otto gesagt hat, ne? So ist das. Ich bin halt, ich bin halt ein Beamter. Das läuft alles richtig hier. Es waren schon neun, Otto. Nicht nur acht. Es sind schon elf. Moment, Moment. Liegestütze. Oberfreak hat Punkte verschwendet. Unfassbar. Und noch eine dazu. Ja. Wäre ihr Priege, Edith. Oberfreak. Also eine Liegestütze. Zack. Und dann hat er, wer magst, auch noch im elften Monat abonniert. Vielen Dank, lieber wer magst. Wäre ihr appreciated in Hard Times. Eine Liegestütze. Okay. Ich glaube, jetzt sind wir aber schuhe, oder? Du hast die 110. Nein. Nein, 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 nein. Nicht vergeudet Analogon. Doch vergeudet eine Liegestützchen Analogon, der 25.000 Punkte vergeudet hat. Bei mir war auch eine, oder? Ja, aber das zählt ja nicht. Gut. Wir kommen jetzt wieder zum eigentlichen Thema zurück. Gibt es weitere Meinungen? Du hast die 110 Bits von mir nicht aufgeschrieben. Wie bitte? Du hast die 110 Bits von mir nicht aufgeschrieben. 110 Bits hattest du? Moment. Ganz oben 10 und dann nochmal 100. 100, dann mal 10. Okay, schreibe ich mit auf. Vielen Dank, lieber HH. 110 Bits. Wäre ihr appreciated in Hard Times. Habe ich echt nicht gesehen. H Heinzig hat, sind das auch? Ah, H Heinzig hat 100. Genau. H Heinzig. Die kommen dazu. Also 100 nochmal mit dazu. Vielen Dank. Wäre ihr appreciated? Waren sonst noch welche? Moment. Den einen Bit hatte ich. Und 10 auch nochmal. Ach, die waren vom H Heinzig, die 110. Ich dachte, die wären von 4 HH. Moment, dann streiche ich natürlich wieder. H Heinzig, vielen Dank. Das bist du. Ach so. H Heinzig, vielen Dank für die 110. Ja, da heißt er HH. Dort heißt er H Heinzig. Woanders heißt er wieder Plöre Jürgen oder so. Keine Ahnung. Gut. Also jetzt nicht beleidigt werden, ja? Mach aber gleich weiter. Ja, ich sehe gerade E-Bandi hat im neunten Monat abonniert. Ich bin immer zufrieden. Also E-Bandi ist immer zufrieden mit seinen Autohändlern. Eine Liegestütz. Hier geht es ja rund. Hier geht es rund, Leute. So. Dreamboy One hat auch noch abonniert. Wer? Nochmal? Dreamboy One. Das gibt es ja nicht. Dreamboy Number One. Ähnlich wie, wie hieß der andere? Aus Seligendorf. Playboy Fifty One. Vielen Dank. Wer ihr hier briecht edelt? Eine Liegestütze. Das ist ja heute los hier. Das adet ja an Arbeit aus. So. Du meintest 50 Cent? Nein. Playboy Fifty One. Das ist eine Legende. Musst du mal googeln. Weitere Meinungen zu der Zahlungs- und Lieferpolitik von IWs. Wer hat noch eine Meinung dazu? Ja, es geht gar nicht. Also es ist ein Unding. Wenn ich das Auto bezahle, dann sollte ich es auch mindestens, also ich sage mal, in der gleichen Zeit, die die als Zahlungsziel mehr geben, sollte auch das Auto spätestens da sein. Ja, und das ist schon der unglücklichste Fall, oder? Auf jeden Fall. Aber ich würde mal jetzt sagen, keine Entschuldigung dafür, wie sie es machen. Aber ich glaube, ein bisschen steckt da auch das Prinzip hinter, weil die das als Sammeln-Zulassungs-Den machen wahrscheinlich. Ja, aber das ist dann, Tobias. Wie du schon sagst, das ist für mich keine Entschuldigung. Das kann nicht sein. Das ist einfach, weil der Kunde geht ja voll ins Obligo. Und wenn die morgen Pleite machen, dann guckt er in die Röhre. Und das ist ja jetzt kein riesiger, die ist eine GmbH. Die IWs GmbH kriegt die Kohle. Und da weißt du ja gar nicht, wie da auch die Verhältnisse sind. IWs GmbH München. IWs Automobile Europe GmbH. So, mal sehen, ob die irgendwo... Wenn du eine Forderung hast, stehst du doch gar nicht weit hinten an. Ja. Ja, wobei, eins muss man sagen. Wenn die natürlich, wenn du den Brief dann in den Fingern hast, dann gehört das Auto dir. Dann können sie nur noch wenig machen. Kann auch der Insolvenzverwalter dir das Auto nicht vorenthalten. Aber den Brief... Bist du da sicher? Haha. Da bin ich mir ganz sicher. Mit dem Brief hat das eigentlich weniger zu tun, sondern ob du einen gültigen Kaufvertrag hast. Da steht dann immer drin, bleib bis zur vollständigen Bezahlung Eigentum des Verkäufers. Aber in dem Moment, wo du vollständig bezahlt hast, ist es dein Eigentum. Und es steht nur noch beim Händler. Und der Insolvenzverwalter kann nicht dein Eigentum in die Insolvenzmasse nehmen. Aber es ist nicht Einigung und Übergabe, so habe ich das mal gelernt. Ich bin mir da nicht so sicher, ob das, was ihr sagt, tatsächlich zu 100% zutrifft. Ich weiß es nicht. Tobias? Entschuldigung, wollte eigentlich nicht verfolgen. Aber wir wollen ja auch nicht, wie soll ich sagen, jetzt juristische Feinheiten ausarbeiten. Vielleicht ist das gar nicht so dramatisch, wie jetzt der HH und der Hotbird das sagen. Ich, wie gesagt, dachte immer Einigung und Übergabe. Guck mal in den Brief, da steht drin, dass du nicht Eigentümer bist. Ja, der Brief verkörpert nicht das Eigentum. In dem Brief kann stehen, wer will. Der verkörpert nicht das Eigentum. Das ist ein Irrglaube. Der Brief ist nur ein Indiz dafür, dass der, der da eingetragen ist, der Eigentümer ist. Ja, aber es ist nicht gleichbedeutend, dass du im Brief stehst, dass das Auto auch dir gehört. Da ist der Kaufvertrag entscheidend. Und nach meinem Kenntnisstand, wir können ja hier gerade mal eingeben, also hier haben wir zum einen die GmbH, ne? Iwes Mobile GmbH, aktuell vormals. Alexander Klose Reutlingen, Geschäftsführer. Sehen wir auch hier irgendwo Anschrift. Sehen wir aus Kapital, sehen wir hier nicht, ne? Cap Composite, Aircraft Parts. Keine Ahnung, was das hier noch bedeutet. Also auf jeden Fall verflochten. Das ist auf jeden Fall der Geschäftsführer. Ich weiß jetzt nicht, wie viel Stammkapital die haben, aber wir gucken jetzt mal. Einigung und Übergabe. BGB Insolvenz. Aber auch der Verweis auf Bremerhaven und die Gesellschaft da, die die Autos abwickelt, ist ein Scherz. Die wickeln da jeden Monat zigtausende von Autos ab. Das ist für die Tagesgeschäft. Da bleibt nichts liegen. Ich sehe gerade, Otto hat was über... Du weißt ja, ich habe ja durch heute die ganzen Unterlagen von Hyundai durchgearbeitet. Und das steht im Hyundai-Vertrag drinnen. Was ich da reingeholtet habe im Chat. Also das heißt, die wissen ja noch gar nicht, wann die Autos kommen, aber mit 1.7. sollen sie bezahlt werden. Ja, wobei die das Geld nicht einfordern würden, Otto. Glaube ich nicht, oder? Aber das geht natürlich auch wieder gar nicht. Otto? So wie es drinnen steht aber schon. Und darum habe ich Ihnen jetzt eine Frist gesetzt. Ja, also das finde ich auch unmöglich, sowas da reinzuschreiben. Aber ich glaube nicht, dass die das einfordern würden. Ist der Verkäufer berechtigt? Da steht dann wahrscheinlich, den Kaufvertrag rückgängig zu machen. Na, das steht umgekehrt. Zu erklären. Steht da drinnen noch. Ja, aber das werden die nicht machen, Otto. Das werden die nicht machen. Da würden sie sich ja ans eigene Fleisch schneiden. Wann geht das Eigentum gesetzlich über? Das Eigentum, Moment, dann gucken wir hier nochmal. Eigentum an beweglichen Sachen wird erworben durch Einigung zwischen Erwerber und Veräußerer über den Eigentumsübergang sowie Übergabe der Sache an den Erwerber. So ist nämlich auch mein Kenntnisstand. Jetzt wäre natürlich nur die Frage, wie das im Insolvenzrecht gewertet wird. Einigung und Übergabe im Insolvenzfall. Mal gucken. Weil er muss dann aussondern, der Insolvenzverwalter, also das, was nicht zu dem, zur Insolvenzmasse gehört. Mal gucken. Mal sehen, ob wir das schnell rausfinden. Das ist nach Eröffnungs- und nicht, nicht mehr möglich, vom Gemeinschaftsgegenstände aus der Insolvenzmasse zu erwerben. Insbesondere Verfügungsbeschränkung. Okay, das ist nicht das, was wir suchen. Insolvenz. Nach Paragraph Insolvenz geht mit der Eröffnung des Insolvenzverfahrens die Verfügungsbefugnis auf den... Nee, steht hier jetzt nichts drin. Kriegen wir also hier nicht geklärt. Ich weiß es nicht. Ich muss euch also diese Frage, die Beantwortung der Frage schuldig bleiben. Das Socket-Tuning hat nochmal was gepostet. Reka verabschiedet sich. Kurz nach... Nächtle Reka. 2,3 Millionen Autos im Jahr auf 1.800 Schiffen und die lassen die da nur sehr ungern lange rumstehen. Platz haben sie nur wenig, schreibt Socket-Tuning. Ja, ich bin da auch etwas überrascht. Ah, hier, das geht um die Terminals. Aber selbst wenn dem so ist, dann schreibe ich dem Kunden erst dann, bitte überweist das Geld. Dein Auto steht bereits beim Euronics-Händler. Und dann muss nicht der Kunde das so lange vorfinanzieren, sondern dann ist das Sache von IWs und nicht Sache des Kunden. Das heißt, wenn der IWs U5 beim Euronics-Händler vom LKW fällt, dann wird der Kunde aufgefordert zu zahlen. Sobald er gezahlt hat, wird zugelassen und dann kann er das Auto abholen. Und wenn er schnell ist mit dem Zahlen, und es gibt ja heute diese Schnellüberweisung, wo du 1,50 Euro extra bezahlst, also innerhalb von wenigen Minuten auf dem Konto von IWs. Und wenn die auf Zack sind, sagen die dann gleich, dem Euronics-Händler Geld ist da, kannst du das Auto rausgeben. Und so würde ich mir den Ablauf vorstellen, dass man zwei Monate darauf warten muss, dass man das Auto nach Bezahlung bekommt. Aber wenn man das schon wieder liest, dann hat man doch schon wieder das Gefühl, die haben doch gar nicht geschafft, die Fahrzeuge zu buchen, weil sie wahrscheinlich nicht genügend Geld gleich gezahlt haben. Weil die LKWs wollen ja bestimmt auch das Geld vorher haben. Michi, ich habe jetzt gerade noch mal nachgelesen. Nach ständiger Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes hat der Besitz des Fahrzeugbriefs aber eine Indizfunktion hinsichtlich des zivilrechtlichen Eigentums. So ist der gutgläubige Erwerb eines Kraftfahrzeugs nicht möglich, wenn der Fahrzeugbrief nicht mit übergeben wird. Das ist aber noch mal ein bisschen ein anderer Fall. Ich weiß nicht, ob das direkt zugreift. Aber wer mag, schreib gerade, schau mal hier nach. Es kommt auf den Insolvenzverwalter an. Also ich nehme mal an, du kannst keine Links posten. Wer mag, der Tobias, was du gesagt hast, habe ich inhaltlich nicht ganz verstanden. Doch, es kann jeder Links posten, Michi. Ehrlich? Es kann jeder Links posten. Ah, okay. Ah, hat er gerade gemacht. Ja, Tobias? Die müssen doch die LKWs buchen, die dann die Autos rausbringen zu den Euro-Mits. Ja? Ja, genau. Und die Logistikfirmen werden doch jetzt wahrscheinlich durchaus auch Vorkasse genommen haben, gerade bei so neuen Unternehmen. Das ist jetzt die BMW oder Hyundai. Und wenn die nicht so schnell LKWs da hatten, ist das doch schon mal irgendwo ein komisches Zeichen im Hintergrund, dass nicht so viel Geld da war, um die LKWs zu buchen. Ja, wobei, wenn ein Kunde zwei Monate vorher komplett bezahlt hat, kann man schon ein paar LKWs buchen, Tobias. Allein von der einen Bezahlung. Weißt du, wie ich meine? Ja, verstehe ich schon. Naja, wir stecken nicht drin. Ja, also das glaube ich jetzt, als es jetzt an den LKWs lag, dass sie die nicht... Ich will ja auch nichts reininterpretieren. Wir wissen es ja nicht. Ich finde halt nur das Prozedere, das finde ich sehr merkwürdig. Aber wir gucken jetzt mal rein, was der Wer Marx gerade... Ähm, was der Wer Marx gerade gepostet hat. Das ist von Auto, Modo & Plur. Hat man bei einer Händlerpleide ein Rücktrittsrecht? Das interessiert ihn nicht. Was ist zu tun, wenn der Neuwagen bezahlt ist, aber wegen der Händlerpleide nicht ausgeliefert wird? Äh, voll. Akzeptiert er den Fahrzeugkauf nicht und annulliert den Vertrag, ist das Geld weg und der Kunde geht leer aus. Der Verbraucher sieht im besten Fall nur einen Teil des Geldes wieder, wenn genügend Insolvenzmaße vorhanden ist und Gläubiger eine Quote ausgezahlt bekommen. Da mit dieser Fall nicht eintritt, sollte der Fahrzeugkäufer beim Verwalter auf Einhaltung des Vertrages pochen. Wenn der Wagen schon zur Ausübung bereitsteht, wie der Verwalter in der Regel dem Vertrag zustimmt, um Geld in die leeren Kassen zu bekommen. Aber, hier hat ja der, ähm, schon bezahlt, ne? Ah, hier. Erst bei Übergabe des Autos, der Fahrzeugpapiere und der Schlüssel, sollte man das Geld beim Händler auf den Tisch legen. Okay. So, was ist bei einer Firmenpleide, nachdem ich den Neuwagen gekauft habe? Die gute Nachricht an dieser Stelle, die Herstellergarantie ist nicht von der, okay, nimm, 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 Auswirkungen sind aber bei der Sachmengehaftung. Ja, so richtig, so richtig die Antwort kriegen wir auch nicht. Ne, hier geht's um Gewährleistungssprüche. Wann soll Kunden ein Auto anzahlen? Gehören eingelagerte Reifen? Bopp, bopp, bopp. Ja, so richtig werde ich jetzt auch nicht schlau daraus. Also, die richtige Antwort wird wahrscheinlich vom Einzelfall abhängen. Wir sind alle keine Experten, also müssen wir da ein bisschen vorsichtig sein, ne, was wir sagen, aber das Prozedere an sich, ich glaube, da sind wir uns alle einig, ausnahmslos, ähm, das Verfahren ist nicht akzeptabel. Da gehe ich auch nicht ab, von da kann mich keiner davon, äh, vom Gegenteil überzeugen. So, jetzt sehe ich gerade, äh, Joachim wollte, glaube ich, auch was sagen. Ich erinnere, wenn hier jemand fest war, gekommen, und da tue ich ja das Geld auch für überweisen, im Kaufvertrag steht drin, die Übergabe, also, bei Übergabe geht es im Besitz über. Ja, aber das Auto ist da, und du fährst hin und holst, oder? Nein, in meiner Rechnung, tue das Geld bezahlen, dann fahre ich hin, und so denkt, die Papiere, kriege ich ja zugeschickt, nach der, nach der, Überweisung, äh, dann kriege ich irgendwann einen Termin, und dann kann ich das Auto abholen, und dann steht in dem Kaufvertrag, der Besitz folgt erst, bei Übergabe des Fahrzeugs. Also, da muss ich ehrlich zugeben, da hätte ich auch bei Tesla ein Problem mit. Ja, genau, das ist ein Problem. Das Auto kann dann nicht vom Schiff runterfallen. Das ist ja nicht nur mein Besitz. Ich dachte, die stünden dann schon auf dem Hof, aber gut, dann bin ich da vielleicht ein bisschen, falsch informiert, aber du bist auch ganz schlecht von der Tonqualität, Joachim. Also, ich habe dich zwar verstanden, aber schwer zu verstehen. Also, bei Tesla ist es wohl auch so üblich. Ich muss sagen, diese Vorgehensweise wird hoffentlich nicht sich durchsetzen, weil ich finde das unmöglich. Ich will nicht, da geht es ja teilweise um 60, 70.000 Euro. Die will ich nicht einfach schon bezahlen, ohne dass ich die Ware mir angucken kann, oder einen Besitz nehmen kann. Also, da ist schon viel Vertrauen mit beinhaltet. Dann habe ich aber gerade gesehen, Moment, 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 ich habe gesehen, irgendjemand hat nochmal, genau, ähm, ich gehe nochmal weiter hoch. Ne, dass ich irgendwas verpreche. hatte ich glaube ich, und wieder einer, ja, den hatte ich glaube ich schon. Gut, weitere Meinungen zu dem Zahlungsprozedere, oder war es das schon? Ich hätte denen vielleicht angeboten, die können ja eine Lastschrift machen, die kann ich acht Wochen zurückbuchen. Ja, aber darauf hätten die sich nicht eingelassen, und vor allen Dingen, äh, nicht jeder kann automatisch Lastschriften in dieser Höhe, ähm, durchführen, das muss von der Bank auch genehmigt werden, und dafür musst du halt auch einen entsprechenden Kreditrahmen haben. Und, äh, Ja, aber da rede ich ja mit meiner Bank und sage, so, ich will jetzt ein Auto kaufen, äh, machen wir das mit Lastschrift. Sollte kein Problem sein. Nein, ich rede nicht von dem Kunden, Erich, ich rede von dem Autohersteller, weil du brauchst mit deiner Bank einen Vertrag, dass du Lastschriften einziehen darfst, und da wird auch in der Regel eine Betragsgrenze eingezogen, weil nämlich eben die Gefahr besteht, dass die Lastschriftenmangelsdeckung, oder wegen Widerspruch, auch noch längerer Zeit, äh, zurückkommen. Und das meine ich damit, ähm, nicht jeder kriegt einen Lastschriftrahmen, äh, wo er, wo er dann, äh, für 1, 2, 3, 400.000 Euro Lastschriften einziehen kann. Oder wir reden ja hier vielleicht auch von Millionenbeträgen. Du bist falsch, äh, Nein, ich bin richtig. 100%ig, meinst du da. 100%ig bin ich richtig. Da haben wir absolut recht. Ich weiß noch, es gibt zwei Lastschriften, die eine, rückbuchbar, also man kann theoretisch für jeden Kontrollen... Das gab's mal. Und selbst da gab's eine Begrenzung, aber ich glaube nicht, dass das heute noch gibt. Nein, nein, das ist, das ist heute. Du kannst für jeden Kontrollen... Und das widerspricht aber doch auch, meinst du, das widerspricht doch gerade dem, was der HH gemeint hat. Er würde es per Lastschrift bezahlen, um es dann wieder zurückzurufen. Er will ja die Art Lastschriften, wo er es zurückrufen kann. Nein, ich müsste das jetzt genau nachschauen, wenn man das nicht gemerkt hat, aber mit der Änderung von den IBAN und so, hat man zwei Lastschriftverfahren. Die eine ist, du kannst für jeden Konto abbuchen. Du könnt von deinem Konto abbuchen, nur die Bank muss, ich weiß nicht, ich glaube 14 Tage oder drei Wochen ist das zurückzuholen, weil du deine Kontoauszüge kontrollieren musst. Und dann gibt's eine, die kannst du nicht mehr zurückholen. Ja, nochmal meinst du da. Also es gab diese Verfahren, diese beiden auf jeden Fall, das weiß ich und bei dem zweiten konntest du es nicht wegen Widerspruch zurückgeben. Das ist richtig. Da gab's dann aber auch einen speziellen Vertrag dazu. Aber der HH hat ja eben ausdrücklich von den Lastschriften gesprochen, die man auch zurückrufen kann und da weiß ich, dass ich hundertprozentig richtig liege. Ob es dieses andere Verfahren heute noch gibt, ob es das andere Verfahren heute noch gibt, das weiß ich nicht. Ich bin in dem Thema nicht mehr drin. Müsste ich auch nachlesen. Spielt aber auch jetzt keine Rolle, weil wir ja von dem Erstgenannten gesprochen haben. Okay, wollen wir aber auch nicht weiter ausweiten. Die Österreicher sind im Recht. Nein, Matthias, in dem Fall sind die Österreicher nicht im Recht. Die Susanne schreibt, den ID3 habe ich bezahlt, als der noch in Zwickau war, schreibt die Susanne. Ja, wenn du das so machst, ist das okay. Aber nicht jeder würde das so machen, nicht jeder will es so machen, Susanne und ich gehöre dazu. Ich tue mich damit schwer, weil ich Angst vor einer Insolvenz habe und Händler gehen auch schnell mal insolvent. Deshalb habe ich damals auch nicht beim Autohaus Sangel meinen Hyundai Kona vorbestellt, weil das sollte man 1000 Euro anzahlen und ich habe bis heute nicht verstanden, warum ich dem Autohaus Sangel 1000 Euro anzahlen soll. Was macht er auch mit dem Geld? Habe ich bis heute nicht verstanden. Das verstehe ich ja noch bei einem Autohersteller, der dann sagt, okay, dann hast du in der Reservierungskette eine bessere Stellung, wie auch immer. Aber bei einem Autohändler, der dann, wenn das System öffnet, seine Bestellung einklimmern muss, warum soll ich dem 1000 Euro vorab zahlen? Ja, das Auto kann das doch nicht mal bestellen. Das war einfach nur die Vorreservierung. Also einfach nur, dass man sagt, ich möchte das Auto gerne bestellen, wenn es bestellbar ist. Das sind Praktiken, die ich persönlich ablehne. Das liegt aber auch vielleicht daran, weil ich in meiner, jetzt kommen wir wieder, Berufspraxis auch Bilanzen von Autohäusern ausgewertet habe. Und ich bin bei Autohäusern sehr vorsichtig. Das sage ich ganz ehrlich. Wo du mit und nicht Unrecht hast. Also der Erich bestätigt das gerade. Der Erich ist Steuerberater. Das nur zur Info. Und der Noki schreibt jetzt bei Audi, VW musst du vorher bezahlen, zumindest wenn der Wagen in Ingolstadt oder Wolfsburg Autostadt abgeholt werden soll. Punkt A, ja, da hast du aber garantiert schon einen Abholtermin. Und Punkt B, ist es halt was anderes, ob ich dem VW-Konzern mit Milliarden gewinnen jedes Jahr vorab was überweise oder ob ich das für einen örtlichen Händler überweise, der vielleicht einen Umsatz von 4, 5 Millionen macht, ja, einen Gewinn von 30, 40.000 Euro und wo es jedes Jahr spitze auf Knopf ist, ob es den das nächste Jahr noch gibt. Das ist einfach ein Unterschied. Nein, das Geld geht nicht an den Händler, an den Auslieferer, das geht an die GmbH-Licker, an die, so ist mein Kenntnisstand, an die IWs Europe irgendwas, GmbH. Ich weiß nicht, wie hoch das Stammkapital ist, ich weiß nicht, wie viel Substanz dahinter ist. Ihr habt gerade geschrieben, IWs GmbH hat 2 Millionen Euro Stammkapital. Okay, das ist ja schon mal was, das ist nicht schlecht, aber ich bleibe trotzdem dabei, ich sehe nicht ein, dass ich zwei Monate im Voraus ein Auto bezahle und es dann zwei Monate später erst kriege oder vielleicht auch zweieinhalb Monate später. Ich verstehe die Praxis nicht, ich wie gesagt, würde mir das vorstellen und so würde ich auch gegenüber IWs und Euronics argumentieren. Wenn das Auto bei euch steht, dann bezahle ich es sofort, dann darf es auch noch eine Woche dauern oder zwei, bis das Auto zugelassen ist und dann hole ich es ab. Aber ich merke auch, ich habe auch hier wieder Gegenwind von euch, manche sehen es anders, ich bleibe da bei meiner Meinung, ich habe von der Linie nur teilweise ein bisschen abgewichen, wie gesagt beim BMW, da habe ich halt auch gesagt, das ist eine Niederlassung von der BMW AG München, die halte ich für solvent, die glaube ich nicht, dass die innerhalb von ein, zwei Wochen pleite geht und das habe ich gemacht, nee, beim Hyundai, wie gesagt, habe ich es auch nur ein paar Tage vorher überwiesen, das stand aber auch schon am Hof des Händlers. Also Michael, ich habe über 20 Fahrzeuge gekauft, ich habe kein einziges im Voraus bezahlt. Da habt ihr den Otto, der Otto ist auch erfolgreicher Geschäftsmann, ehemaliger Rallyefahrer und da sind wir also einer Meinung. Ich weiß nicht, ist im Discord jemand, der auch denkt, dass wir das zu hart sehen, dann bitte jetzt noch mal zu Wort melden, bitte. Es kommt auf den Händler an, also ich habe vorher mir die Bilanzen vom Händler angeguckt und der hat in den letzten zwei Milliarden, zwei Jahren immer einen einstelligen Millionenbetrag als Gewinn eingefahren und dann habe ich drei Tage vor Fahrzeugübergabe überwiesen, das habe ich halt so gemacht. Das würde ich auch noch machen, also das finde ich auch noch im Rahmen. Aber zwei Monate, hättest du dem das Geld zwei Monate vorher gegeben? Nein, auf keinen Fall. Hat der auch nicht danach gefragt, der hat nicht mal nach einer Anzahlung gefragt. Ich habe noch gerade eben was vom Autobild, einen Link in den Chat gepostet, da schreiben die tatsächlich, der Insolvenzverwalter kann entscheiden, ob der Vertrag erfüllt wird oder nicht und wenn er entscheidet, der Vertrag wird nicht erfüllt, dann kannst du dich nur auf die Gläubigerliste setzen lassen. So steht es auch bei Auto, Motor und Sport drin. Aber ob das so ganz richtig ist, weil das Auto schon zugelassen ist, weiß ich nicht. Aber die Übergabe ist ja nicht erfolgt und ich gehe davon aus, Eigentum und Übergabe. Ja, ein schwieriges Thema, wir sind alles keine Juristen. Und jeder macht das so, wie er meint. Ich will ja auch keinem meine Meinung aufdrängen. Ich sage ja nur, wie ich sehe und ich halte dieses Vorgehen für mich für inakzeptabel. Ich würde den Fass setzen. Entschuldigung? Die 2 Millionen Stammkapital bei der GmbH sind ja auch witzlos, weil die haben die ja nicht auf dem Konto liegen. Naja, die müssen sie aber gebracht haben, zumindest einen großen Teil davon. Ja, das kann man glaube ich nicht alles bringen. Nochmal? Das kann auch eine Bankbürgschaft gewesen sein. Ja, aber das ist ja dann im Prinzip Jacke wie Hose, wenn sie Insolvenz gehen. Ich weiß nicht, ob das ganze Stammkapital muss ja glaube ich nicht gleich eingezahlt werden. Aber wir wollen jetzt nicht auch noch ins GmbH-Recht eintauchen. Das müssen wir ja jetzt nicht auch noch machen. Socket Tuning schreibt, ich war glaube ich der Letzte, der bei Lorig in Schnepke ein Motorrad bei Übergabe mit einem Scheck bezahlt hat. Ist jetzt auch schon einige Jahre her. Als ich mir meinen Audi A5 2013 nee, Quatsch 2008 2008, 2009 nee ich weiß nicht 2011 2010 2010 gekauft habe war ein Jahreswagen bin zu dem Händler zu dem Audi Händler nach Stuttgart gefahren und habe gesagt ja ich nehme das Auto Kaufvertrag gemacht und dann ich hatte Kurzzeitnummern Kurzzeitkennzeichen dabei und dann sage ich überweise sie jetzt per Blitzgiro habe das veranlasst und dann sagt er ja vielen Dank schönen Tag noch ich habe gesagt sie haben das Geld ja noch gar nicht und dann sagt er ja aber das ist in Ordnung ich kann Kunden einschätzen gute Fahrt und dann bin ich gefahren also so ja such mal nach SEPA Abbuchung nach Chor meinst du nochmal das dieses zweite Verfahren war nicht Thema das ist jetzt echt egal der Standardabbacher SEPA Abbuchung nach Chor hat 8 Wochen Rückbuchungsmöglichkeit ja aber das hat mir ja gesagt ja das ist das ist das Standardverfahren da kannst du das Konto abbuchen und was willst du mir damit jetzt sagen dass du 8 Wochen Zeit hast das Geld zurückzuholen ja aber das war doch genau das worauf der HH und ich abgestellt haben ja aber du hast gesagt das geht nicht nein ich habe gesagt darauf lässt sich doch kein Händler ein sonst würde ich da ein Auto per Lastschrift bezahlen und dann hole ich mir das Geld wieder sobald ich das und ich habe nicht gesagt das geht nicht sondern ich habe gesagt dass man einem Kunden als Bank die Möglichkeit zu solchen Lastschriften Lastschrifteinzügen bei Kunden nur dann gibt wenn der einen entsprechenden Vertrag mit abschließt und man ihm einen Rahmen dafür einräumt und man wird einem Unternehmen was man als nicht ich weiß es ja nicht ich rede hier jetzt nicht von Eiwis ich rede ganz allgemein man wird einem Unternehmen was wo man nicht einschätzen kann ist es solvent ist es nicht insolvent dass man nicht für die entsprechende Kredithöhe für solvent hält dem wird man einen solchen Lastschriftrahmen nicht einräumen weil wir sprechen hier dann von mehreren Millionen unter Umständen die alle per Einzug per Einzugsverfahren gemacht wurden und dann können die Kunden acht Wochen lang zurückrufen und wenn dann die Autos schon weg sind ja die Kunden haben ja die Autos Einigung und Übergabe dann muss die Bank sehen wie sie ihr Geld kriegt und nur davon habe ich gesprochen nur davon hat er gesprochen von nichts anderem die Kundenbank wenn du es gedeckt hast bucht es weiter ja natürlich davon rede ich gar nicht ich schalte dich gleich stumm Peter ganz ehrlich gerade regst du mich total auf aber ich brauche dir noch was wirklich die Bank macht ich kann das morgen sagen du brauchst mir es nicht zu sagen ich habe 30 Jahre im Bankgewerbe gearbeitet jetzt reicht es mir aber gleich boah ich beruhige mich gerade wieder Leute ich beruhige mich gerade wieder hol doch mal einen Lappen ja ich hole mal gerade einen Lappen so holla die Waldfee meine Güte so also jetzt haben wir das geklärt einige denken ist okay einige sagen nein es ist nicht okay und es kann auch jeder so machen wie er will sagt auch nochmal der Dreamboy wann hast du vollkommen recht jeder macht so wie er will wenn das mit mir gemacht worden wäre ihr Auto ist da bitte bezahlen sie und dann hätte ich monatelang aufs Auto gewartet ich wäre denen aufs Dach gestiegen also da wäre ich echt zum Halt geworden kann das mal jemand klippen ja ich brauche keinen Baldrian Fred ist es alles gut aber was ich jetzt wirklich machen muss weil ich mich gerade richtig aufgeregt habe über den Mainstar ich ziehe gerade mal mein Hoodie aus mir wird es nämlich gerade warm so solange könnt ihr ich höre euch jetzt nicht mehr im Discord nochmal über mich herziehen jetzt wird es wieder eklig ich kann sich richtig schön schön aufregen ja wie mir ist ja sein Blut doch ein bisschen in die Höhe bringen da bringst du aber alles durcheinander da bringst du mir alles durcheinander die Leute wohl ja nicht ich höre euch wieder ich gucke mir nachher im Stream an was ihr erzählt habt was habt ihr für ein T-Shirt an Michael Schande über dich ja Schande umbringe ihn raus so heute mal kein Ben T-Shirt da gab es mal eine Reklame von HB aufregen statt heizen genau IW ist das wohl unstrittig das ist eine oh das sagt der Noki das sag ich nicht ich sag nur ich finde es uncool würde das nicht mitmachen hat er mal einen kleinen amerikanischen Autohersteller gegeben da haben die Leute 80.000 Euro angezahlt und drei oder vier Jahre auf ihr erstes Auto gewartet ja das haben aber garantiert keine Leute gemacht die nur 80.000 Euro auf dem Konto hatten oder wenn dann in dem Bewusstsein dass das Geld weg sein kann korrekt ja klar war Tesla die ersten Tesla das kann auch jeder jeder kann auch sagen ich mach das ja ich vertraue der Firma und ich glaube an die Idee ist bei Sono Motors ja nicht anders da haben manche auch schon das Auto angezahlt komplett weil sie an die Sache glauben und weil sie es unterstützen wollen aber die sind in dem Bewusstsein dass es weg sein kann und ich sag ganz ehrlich ich würde sowas nett machen auch nicht bei Tesla ich glaube der Sebastian wollte auch was sagen oder hatte der nur die Boxen auf ja genau das ist halt ein Unterschied ob ein Unternehmen sagt wärst du nett und gibst du Geld weil wir brauchen das und irgendwann später kommt dann dein Auto oder ob man sagt dein Auto ist da gib uns jetzt das Geld und dann dauert es noch ewig das ist halt ein völlig anderer Ansatz sehr gut auf den Punkt gebracht also das bei Tesla hast du im Erich mal ordentlich die Haare geschnitten aha das bei Tesla könnte man ja schon fast nennen dass das eine Art von Crowdfunding war ja das ist Risikokapital fast schon was man ja im Endeffekt auch ja und deshalb denke ich tatsächlich dass das mit IWs nicht vergleichbar ist ist meine Meinung aber wir machen da jetzt einen Hagen dran weil ich der Extergabe was passiert geschrieben hat mich jetzt und der Dirk aha also der Dirk hat auch noch mal das was ich vermutet habe bestätigt nämlich Einigung und Übergabe sofern das Eigentum nicht übergeben ist ist es Bestandteil der Insolvenzmasse der Insolvenzverwalter bestimmt über die Liquidation der zum Zeitpunkt der Insolvenz verfügbaren Masse ist nicht gerecht ist aber so also auch das was bei Auto, Motor und Sport steht bestätigt jetzt auch noch mal der Dirk wie gesagt wir sind alle keine Juristen der Dirk glaube ich auch nicht deshalb muss man da vorsichtig sein ähm aber ich denke das kommt schon hin in der Richtung und deshalb bin ich was das angeht immer sehr vorsichtig und wenn mich jemand fragt sage ich auch immer sei vorsichtig was du mit deinem Geld machst es sei denn du machst wie jetzt die bei Tesla die Erstbesteller und sagst ich will das Unternehmen unterstützen wenn das Geld weg ist ist es halt weg weil Autohändler da hat mir der Erich wieder Recht gegeben während er ja mit Tesla mir wieder vor Schienbein getreten hat ähm auch der Erich weiß dass nicht jedes Autohaus finanziell automatisch gut dasteht so ähm das haben wir jetzt aber abgehakt und bevor wir uns jetzt weiter streiten kommen wir zu einem anderen Thema wo wir alle mitgehen und wo wir alle sagen ist eine ganz 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 tolle Sache nämlich der BMW iX sonst ändert sich nix den werden wir jetzt nämlich mal zusammen konfigurieren achso und der Access-Fahle war vorhin auch mal kurz im Discord Michael wolltest du noch was sagen das will ich jetzt gerade noch klären Michael wolltest du noch irgendwas beitragen weil du bist ja Besteller und nicht nur Theoretiker und kannst ja nochmal sagen ähm wie du die Sache siehst da warte ich jetzt nochmal ob der Michael irgendwas schreibt bevor wir mit BMW jetzt anfangen Access-Fahle schreibt noch falls du meinst mein Sohn hat beim Insolvenzverwalter gearbeitet da würde dir schlecht werden wenn du das hörst ja glaube ich auch Dirk und deshalb ich bin ich bin was solche Sachen angeht einfach vorsichtig manchmal dann vielleicht wenn ich wenn die Pferde mit mir durchgehen wie beim 435D gehe ich ein bisschen mehr ins Risiko aber ich bin mir des Risikos immer bewusst und deshalb habe ich da auch ja einen starken Standpunkt was das angeht so mal gucken ob der Access-Fahle noch was schreibt ich bin zufrieden mit meinem Wagen und würde es wieder so machen also Access-Fahle ist zufrieden das will ich ja auch nochmal klar sagen das ist ja nicht dass das jeden betrifft ne aber es ist auch nicht so dass es nur ein oder zwei betrifft also ich habe von mehreren gelesen und von mehreren gehört ähm äh der Marco ist ja hier im Discord der hat davon jetzt berichtet und das ist für mich ein Vorgehen was überhaupt nicht geht also ich kann aber iX BMW iX sonst ändert sich nichts wir wollen den jetzt mal zusammen konfigurieren wir sind uns alle einig gewesen ausnahmslos im Chat auf YouTube dass das das schönste Auto ist was je auf den Markt gekommen ist und jetzt wollen wir das auch mal ähm auch mal konfigurieren Micha dein Mikro funktionierte gerade nicht ja super der AHA hat wieder Probleme mit seinem Kopfhörer also wir konfigurieren jetzt ein Fahrzeug und wir sehen hier auch als erstes direkt die Grundversion warum Leder jetzt nochmal neu keine Ahnung hier seht ihr also die äh mal sehen wenn ich das kleiner mache ne wird aber auch nicht größer ich habe das Auto gesehen von vorne gesehen und schon auf schließen geklickt ganz einfach was nochmal du bist von vorne und dann ich habe das Auto von vorne gesehen und den Tab geschlossen ah okay auf schließen geklickt also es ist ja eine Frechheit so wir haben hier wir machen also mal die Brot und Butter Variante ne also nicht die die Brutale sondern einfach natürlich Sportpaket hätte ich schon gerne mal sehen wie sich die Optik verändert ja also ohne Sportpaket mit Sportpaket hm also mit Sportpaket da hat er schon die schöneren Felgen und er sieht insgesamt einfach schöner aus wobei zum Schönling wird es immer noch nicht aber wir nehmen das Sportpaket und äh bei der Farbe mal gucken wenn wir schwarz wählen sieht man die ja aber die die ähm äh die Niere bekommen wir nicht weg okay dann nehmen wir weiß ich habe mit weiß kein Problem das ist sogar eine Leistung nochmal schau was der Herr Detschler geschrieben hat der ist von vorne noch hässlicher wie der U5 ich möchte sagen dass ich den U5 gar nicht so hässlich finde es ist jetzt keine Schönheit aber ich würde ihn auch fast auf einem Niveau mit dem Kona sehen also ich sehe das jetzt nicht als total hässliches Auto also bin ich ganz ehrlich den musst du deiner Frau schenken dann hast du wieder einen Spitznamen für sie hallo Hasenzahn super der H ist wieder auf einem Witze-Strike äh unterschreiben äh mir die Leute in den Kommentaren dass der ID.4 portestig wäre also Dirk das kann ich überhaupt nicht bestätigen habe ich dir auch gesagt ich finde der ID.4 ist gelungen gefällt mir besser als der ID.3 ähm weil der ID.3 hat ein bisschen was Vanartiges während der ID.4 schon ein bisschen schnittiger ist finde ich ist jetzt auch kein sportliches Auto von außen aber ich finde ihn absolut in Ordnung so bei den Felgen wir wollen jetzt hier aber mal vorangehen wir werden jetzt nicht über die Optik von dem IX streiten das ist wie gesagt das schönste Auto was je auf die Straße gekommen ist mal gucken wie verändert er sich denn wenn wir hier bei den Felgen ein bisschen rumspielen mal gucken ja obwohl die können wir für den Winter nehmen ne wir nehmen die Schwarzen für den Winter so ähm Interieur lassen wir so wie es ist kann ich hier rumfahren aber guckt mal das ist doch echt schön aber das ist doch wirklich schön also und vor allen Dingen die Innenräume scheinen sich auch ein bisschen anzunähern was die Optik angeht weil das erinnert mich auch ein bisschen an den Ioniq 5 ja das war schon früher das Thema sie sollten mal die Innenraumdesigner den Außenraum designen lassen ja ich glaube das wäre eine gute Idee weil das Innenraumdesign gut das Lenkrad mit oben und unten so abgeflacht finde ich vielleicht jetzt nicht so ähm schön aber jetzt kommt hier Kackbraun mag ich nicht die Susanne mag keinen Kackbraun ähm gut dann nehmen wir was anderes das Tellebraun von denen ist schöner ne wir nehmen das Schwarzgrau also die Sitze sind übrigens auch sind ist das das hä ach die haben ne wahrscheinlich ne Stoffmittelbahn oh ne Stoffmittelbahn das sind aber nicht Sportsitze haha wenn du mir immer dazwischen redest ne das ist nicht so gut du musst dem Streamer schon die Möglichkeit haben auch äh ähm äh seine Gedanken zu Ende zu bringen so jetzt habe ich mit dem haha wieder geschimpft heute habe ich mal jeden einmal ins Recht gestellt also wir sehen hier ich glaube das hat der haha gemeint das sind die Sportsitze aber ich meinte ich bin mir nicht sicher ob die Mittelbahn interieur Atelier äh Sensor Tech also es ist auf jeden Fall synthetig außen sieht es aus wie Kunstleder und innen so ein bisschen wie 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 Stoff bin ich mir nicht sicher aber ich sage ganz ehrlich in Braun gefällt er mir sogar besser in ja gefällt er mir besser wir lassen das mal so so laden was denn bei laden zu Hause laden serienmäßig mit einem Heimladekabel flexibel Fast Charger ausgeliefert öffentliches Laden zusammen mit ihrem elektrifizierten BMW erhalten sie ein Ladekabel für öffentliches Laden damit haben sie Zugang okay also Typ 2 ist dabei mal sehen was wir noch haben also flexibel Fast Charger der ist dabei hat man gerade gesagt 11G powered by Newmotion aha hier kann man noch zusätzlich ein Ladegerät scheinbar mit dazu ordern will ich nicht Smart Wallbox könnte man kaufen wollen wir nicht öffentliches Laden äh das Ladekabel ist dabei okay sieht so aus als sei das dabei ähm Konfiguration speichern Ausstattung Fahrzeug weiter individualisieren das machen wir jetzt mal also ihr seht es ist jetzt schon wunderschön also ich denke mal viel schöner als so geht eigentlich nicht wir machen mal gerade 360 Grad das hier hinten sieht ein bisschen aus wie von Obel also tut mir leid erinnert mich echt an Obel von hinten finde ich ihn echt gelungen da finde ich ihn gar nicht schlimm da ist er schick vor allem so eine schöne dezente C-Säule wo man super raus sieht ja aber Erich haben sie das heute nicht alle die großen also ich würde sagen die haben es alle den Enyaq oder den Enyaq oder den Enyaq oder den Enyaq oder den Enyaq Ja also das ist jetzt im Enyaq auch nicht wirklich richtig gut die Übersichtlichkeit würde ich behaupten und beim Enyaq auch nicht was willst du denn da sehen ja genau Erich da ist von innen ein Monitor damit du siehst was dahinter ist wir nehmen auf jeden Fall die 360 Grad Kamera mit dazu wie jetzt gerade auch der HH richtig gesagt hat wir gucken jetzt mal nach den Sonderausstattungen so alle Sonderausstattungen anzeigen also wir machen das mal hier rüber Innenraum Kamera hä brauchen wir nicht Driving Assistance Professional aber hier ist zumindest dann auch mal beschrieben worum es sich handelt ne Abstandsregion ACC Stop and Go aber wir haben ja auch die Preisliste noch offen dann sieht man das auch hier ähm Was steht denn in der Beschreibung zur Innenraum Kamera ähm können wir dann auch noch mal gucken so also Driving Assistance Professional äh aktive Geschwindigkeitsregelung Lenk und Spurführassistent ja das sind alles Sachen die wir brauchen Ausweichhilfe Vorfahrtswarner Falschwarnung Rettungsassistent also den wollen wir haben auswählen so dann gucken wir mal nach der Innenraum Kamera weil das den äh äh haha interessiert Innenraum Kamera zur Aufnahme von Bildern und Videos im Innenraum brauche ich nicht lassen wir weg Parking Assistant Plus gucken was der kann Parking äh Surround View inklusive Top View ja brauchen wir auf jeden Fall Remote 3D View das geht nicht ohne das müssen wir dazu konfigurieren Connected Paket Professional was haben wir denn da unterwegs mit dem digitalen Service der Connected Package Professional wird jeder Fahrt bequem und entspannt er ist persönlich rund um die Uhr außer für sie da sie suchen das beste Restaurant ah Moment das ist dieser Concierge Service den es früher mal gab Connected den gibt es heute noch Paket Professionals Inca Remote Service Fernfunktion via aha das brauchen wir um auch die BMW App nutzen zu können hier Remote Services ähm Navigationsführung mit Augmented Reality Fahrspur okay brauchen wir auch vollfarbiges Head-Up Display alter Schwede man muss also wirklich das mit dazu nehmen das geht ja schon wieder das ist ja schon wieder Sachen die ich als selbstverständlich ähm erachten würde das ist alles Serie was ist denn mit dem hier bietet ein rahmenlos vielleicht ein begründetes Display Kombination ach das Display muss man auch extra bezahlen Moment mal wie sieht denn im Moment das Display aus ach das ist doch schon wieder ähm erstmal Auswahl bestätigen können wir nachher dann noch mal in den Innenraum gehen das ist doch ist doch das Display oder nicht was ist denn da jetzt wieder der Unterschied keine Ahnung lassen wir weg Garagenteueröffner integriert lassen wir weg Komfortzugang klar schlüsselloser Zugang will ich haben Softclose Automatik lassen wir weg brauchen wir nicht Klima Komfort Frontschreibe wollen wir Anhängerkupplung lassen wir weg wer zieht mit so einem Auto schon den Anhänger Wärmekomfortpaket ach das ist man sieht es nur in der in der Preisliste ausführlich das ist doch auch wieder also so dass man es versteht Wärme Komfortpaket Lenkradheizung ah das ist von mir kritisierte Sitzheizung vorne und hinten ach was sagt dann dazu Discord dass ich Sitzheizung vorne und ach aber vorne wird wahrscheinlich schon automatisch sein oder ich hoffe es aber so wie es da steht ist eigentlich gar nichts beheizt ohne dass du was zahlst doch 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 hier haben wir es doch schon aha Sitzheizung für Fahrer und Beifahrer die ist also drin das ist hier also vorne und hinten und Lenkradheizung gibt es das auch noch billiger mal gucken nee das ist nur Wärmepaket plus warum wir Lenkradheizung du hast gesagt du willst ja hier ist dann auch noch Armauflagenheizung mit dabei seht ihr das mach es mal größer mir ist das echt zu wenig individuell für so ein teures Auto also die Lenkradheizung will ich immer haben Armauflagenheizung brauche ich nur gerade mal nicht du hast keinen in deinem jetzigen Auto richtig Hotbird in meinem jetzigen Auto habe ich keine Armauflagenheizung aber Lenkradheizung wie kannst du denn dann einfach so nonchalant in den Raum stellen dass du keine Armauflagenheizung in der Mittelkonzone und den Türen vorne und hinten haben möchtest da hast du natürlich recht ich lege jetzt den Arm in der Regel nicht auf die Armablage aber nur deswegen mache ich das nicht weil die nicht beheizt ist das ist jetzt im Sommer wir sind uns einig Wärmekomfortpaket nehmen wir mit dazu Panoramadach lassen wir weg Modell Schriftzug entfallen wir sind bescheiden wir haben zwar eh das kleinste aber dann können wir einen auf die große machen Exterieur brauchen wir jetzt Sonnenschutzverglasung hinten nochmal extra diese extra abgedungelten Scheiben die sind zum Beispiel beim Mustang Mach E soweit ich weiß serienmäßig will ich haben ich will einen coolen Look Interieur Applikation Clear and Bold Das ist dieses Swarovski Stein Stein Look für den Dreh-Drück-Controller und für den Schalthebel den man eigentlich gar nicht mehr braucht also das ist was für Leute die zu viel Geld haben also für mich Multifunktionssitze für Fahrer und Beifahrer mal sehen können die umfassend dass der keine verschiebbare also herausziehbare Oberschenkelauflage hat Multifunktionssitze Multifunktionssitze für Fahrer und Beifahrer Außenspiegel und Lenkbeifahrer Außenspiegel und Lenkbeifahrer Elektrische Einsteller Rücklehensbreite Ah Rücklehnenbreite da kann man also mit anderen Worten die Seidenwangen aufpusten Lendenwirbelstunde 4 Massagefunktion Außenspiegel mit Bordstein Ja die Bordsteinfunktion will ich auf jeden Fall auch mal sehen ob die auch ohne das drin ist Bordstein wobei 360 Grad Kamera haben wir ja Ist die Bordsteinfunktion für die Bordsteinschwalben Sehr witzig Also der Haar ist wieder auf einem Höhenflug Jetzt mal 5 Minuten Witzeverbot Ha So Bordsteinautomatik Also die ist hier Erweitertes Außenspiegelpaket könnte man auch noch kaufen Oder wo ist das mit drin Verstehe ich wieder nicht Ach hier eine extra ausgewählte Serienausstattung Unilac Ach das ist dann schon ein anderes Modell Das ist das Fruchtsicher Modell Genau da ist das serienmäßig Scheinbar Das ist bei dem hier nicht serienmäßig Ich will aber auf jeden Fall die Sitze haben und will auch die Bordsteinautomatik Also nehme ich es mit dazu Das brauchen wir alles nicht Browers und Wilkins Diamond Surround Sound System Hamann Karton Karton Surround Sound System Lassen wir alles weg BMW Laser Licht LEDs haben sie Komm her Licht wollen wir nicht sparen Das nehmen wir mit dazu Gewährleistungsverlängerung brauchen wir nicht Okay Driving Assistance Gepäckraumnetz haben wir dabei Tab Juno ist dabei Kommt nichts mehr Auswahl bestätigen Und dann sind wir bei einem Preis von 91.000 Euro Was sieht man das Man sieht es glaube ich nicht wegen der Schlappencam Die Schlappencam mal hier hin 91.120 Euro Was sagt ihr Ich gucke mal was der Chat sagt Ja Das ist der Preis für die kleine Batterie Ja Das ist für die Einstiegsvariante Und da kannst du sicherlich auch locker die 100.000 Kannst du auch knacken Kaufen wir lieber einen Taycan Kriegt man dafür schon den Einstiegs-Taycan Ja Kriegst du Dann kaufe ich auch lieber Ja Da kaufe ich auch Aber du hast hier natürlich deutlich mehr Auto fürs Geld Das muss man auch sagen Ich kann Wisst ihr was ich dafür kaufen würde für das Geld Einen Ford Mustang GT Aber die Spalmase gefallen mir Weiß ich nicht Ja Ich hab halt Pech gehabt Die wollen ja auch nochmal gucken Und bis dahin passt hoffentlich auch die Software Also Da würde ich mir echt eher den Mustang Mach EGT kaufen Und wenn wir uns jetzt das Auto mal angucken Ja Es ist einfach Es ist kein Hingucker Es ist schon echt ein ganz schöner Kasten Das ist halt für eine Großfamilie Gibt's den eigentlich auch als Siebensitzer Weiß ich gar nicht Ich glaub nicht Aber das ist schon Kofferraumvolumen Moment Wir können mal gucken Abmessungen Wahrscheinlich hat er mehr Kofferraumvolumen Moment Guck mal Kofferraum Oh Litau Ne Haben sie hier nicht mehr dazu geschrieben Aber bei Carvau steht's hoffentlich Wir gucken mal BMW iX Preise Verkaufsstart Motoren Alle akzeptieren Hier haben wir das mit der 71 Kilowattstunden Batterie Das ist das was man zur Verfügung hat Genau Und trotzdem über 450 Kilometer WLTP angeblich Länge 4,95 Meter Obwohl das geht ja noch Das geht ja sogar noch Das ist die Länge ungefähr von dem Model S Breite 1,97 Okay das ist schon heftig Radstand ist wie beim beim Mustang Mach-E Und VW ID.4 hat glaube ich 2 Meter Hat der 2,80 Meter Mal gucken Radstand ID.4 Ja 2,77 Meter Aber ist trotzdem komfortabler als der Mach-E Das muss man auch sagen So Leergewicht Also rund 2,5 Tonnen wiegt er Innenraum Ja der Kofferraum ist nicht besonders groß 500 Liter Man kann einen Baseballschläger für 1000 Euro dazu buchen Damit kann man den Wagen dann individuell customisen Sagt der Matthias Ich mache das ja mit mit Ladesäulen ne Also mit mit Pfosten dabei Oh ich sehe auch gerade Moment wir haben ein neues Abo Muss ich gleich mal gucken Äh dass ich hier was verpasse Dave Blue Den hatte ich Dave Blue meine ich genau Aber den Doug Heffernan hatte ich noch nicht Doug Heffernan Hat im vierten Monat abonniert Vielen Dank Doug Very appreciated Eine Liegestütz Ist ja Wahnsinn Ich muss schon bei 17 Unfassbar Wie soll ich das heute wieder hinkriegen So mal weiter gucken Besser ein Esel am Steuer als gar kein Pony Toll Das würde ich nehmen Ein bisschen Bling Bling Ist ein Muss Also die Susanne ist für das Kristallglas Also mir würden die Sitze mit einer Funktion Sitzen reichen Ah also der What's to the wheels will einfach nur sitzen Wenn du mal die Sitze auf dem Audi gesehen hättest ne Also da ist es so Wenn du einstellst dass du diese Einstiegshilfe haben willst Du setzt dich in das Auto Machst die Zündung an Dann fährt er in die Sitzposition Das macht ja mein Pony auch noch Jetzt kommt es aber Wenn du die die Seiden Also die Seiden Wie heißt denn das Die Seidenleisten Seidenkissen von der Rücksitzlehne und von der Sitzfläche Die Kissen in den Einstellungen aufgeblasen hast Dann pumpt er die auch jedes Mal auf Und wenn du aussteigst lässt er die Luft wieder ab Viel zu teuer sagt der BEV-Fahrer Lächerlich hoch der Preis sagt der DAG Schnäppchen sagt wieder Socket-Tuning und man muss sich nicht mal mit der BAFA rumschlagen Ja Der ist glaube ich gar nicht barfahrförderfähig So ich darf ja noch vier Minuten nichts sagen sagt der H. Heinzig Genau Ich weiß ja wie viel es jetzt noch sind IWs schon durch Ich habe meinen am Samstag geholt 20 Minuten vor dem Anruf von Euronics mit IWs telefoniert Und wie immer Null Infos zu meinem Auto Kalenderwoche 22 hatte man mir da schon ausreden wollen Und dann kam der Anruf von Euronics tolles Auto aber ich werde es nicht multiplizieren Leider Also du wirst es nicht weiterempfehlen Platin-Trache Wenn du in Discord nochmal kommen willst weil der Michael will nicht Der ist sehr zufrieden mit seinem Auto Hätte ja auch mal sagen können dass er sehr zufrieden ist aber er möchte nicht ein bisschen schüchtern Also Platin-Trache wenn ich das richtig verstanden habe hat IWs bei dir angerufen hat gesagt das Auto ist nicht da und 20 Minuten später habt ihr das auch jetzt so verstanden hat dann Euronics angerufen hat gesagt das Auto ist da du kannst es abholen Das ist ja Habe ich das richtig verstanden? Kann mir nochmal jemand im Discord helfen? Mach mal Config volle Hütte sagt er Michael Okay das probieren wir mal Einstiegs-Taikan 83.000 Euro ohne Extras Okay Dann würde ich echt auch eher ein Taikan kaufen Oder ein e-tron GT Der ist ja dann auch günstiger So Ja ich kriege einen Rabatt 90% Was nochmal? Ich bekomme einen Rabatt als Mitarbeiter Ah Okay du bekommst noch Rabatt Okay also Jaren du bist echt so gut wie gar nicht zu verstehen Sorry So Platin-Trache sagt nochmal an den Michael gerichtet also an den Exxess-Filen Absolut Auto ist prima IWs Deutschland ist das Problem China haben wir direkt angeschrieben aber noch keine Reaktion Ja da wird auch nichts Komplett-Titra Vielleicht ist ja auch China das Problem Vielleicht wird ja IWs Deutschland auch am langgestreckten Arm verhungern gelassen Ausgehungert So Du wirst besser Bringt ja auch eh alles nichts bei der hervorragend ausgebauten Ladesäulenlandschaft in Deutschland nicht nur bauen und verkaufen Ladesäulen werden aber nach wie vor vernachlässigt vor allen Dingen die an Stellplätzen für Laternenparker mit einer niedrigen Ladeleistung weil das brauche Also es wurde gerade gesagt vom Exxess-File ich soll mal volle Hütte konfigurieren Dann machen wir das gerade auch mal Moment wir müssen 360 wieder zumachen Okay Also wir nehmen die Innenraumkamera mit dazu Live Professional Sitzhaltung Fahrer und Beifahrer haben wir schon in einem anderen Paket den Garagentoröffner wir nehmen den Softclose wir nehmen die Anhängerkupplung wir nehmen das Panoramadach wir nehmen die individuelle Exterieurleisten wir nehmen die Kristallknöppels wir nehmen den blauen Sicherheitsgurt wir nehmen das beste Soundsystem und wir nehmen noch einen reifen Reparaturset mit dazu Garantieverlängerung pu 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 lassen wir weg Ähm Fernlichtassistent ist eh dabei ist alles schon Serie was jetzt hier kommt glaube ich Wahnsinn wie viel der schon Serie hat Auswahl bestätigen Ja und das sind wir bei 105.000 Euro Also ich denke das ist noch im Rahmen soweit oder kann man drüber nachdenken direkt auf bestellen zu gehen obwohl man muss glaube ich sowieso zum Händler ich glaube hier kann man online nicht bestellen so also da habt ihr auch mal den Gesamtpreis ähm das ist der kleine oder der große Akku das ist der kleine wir haben die Einstiegsvariante ich kann ja das Modell nochmal ändern mal sehen ob das geht wir wollen ja volle Hütte haben achso Konfiguration fortsetzen achso ich muss ah da muss ich komplett von vorne jetzt anfangen oder kann ich Moment Entschuldigung wir nehmen also den ix350 ja Michi der Platintrache ist gerade da im Tachkort oh hallo Platintrache guten Abend Möchtest du ähm äh eventuell was zu deinen Erfahrungen mit iWs und zum Auto an sich sagen erstmal bitte was Positives zum Auto ne dass der äh Michael sagt ich würde alles immer nur bashen lassen nein absolut also das Auto ist ähm genau so wie wir uns vorgestellt haben alles ideal hab ich ja auch erst seit Samstag von daher ich bin jetzt noch nicht so viel mit gefahren ähm aber halt die normale Pendelstrecke und alles mögliche ähm und ich äh ganz kurz zu mir ähm wegen Hintergrund und wenn ich irgendwas erzähle ähm das ist der dritte Elektrowagen ähm wir haben einen BMW 3 den haben wir noch und einen C Zero hatten wir den haben wir verkauft ähm dementsprechend fahre ich schon eine Weile und bin da auch so ein bisschen in der Mobilität mit drin äh Berlin Brandenburg und ähm ja und dann haben wir halt letztes Jahr im September einen iWays U5 bestellt und ist dafür entschieden preismäßig ähm weil äh wir ein bisschen mit äh ein größeres Fahrzeug zum Reisen haben möchten wo wir halt auch im Fahrzeug schlafen und es wird alles noch umgebaut und dann war das Fahrzeug natürlich äh ziemlich ideal dafür ja die Zeit verging Januar geworden und ähm eigentlich hatte man gesagt ja Dezember kriegen sie Auto ähm schriftlich war es dann Januar und äh aus Januar wurde dann März äh die Autos also weil wir in dem ersten in der ersten Tour nicht mitkamen sozusagen ähm 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 im März äh sind die Autos dann angekommen vor dem Suezkanal also gab es eigentlich gar keine Probleme die Autos waren da bei BLG in Bremen und sind dann ähm dann kamen langsam die Zahlungsaufforderungen und sowas so dass wir halt im März ich weiß nicht mehr genau wann irgendwann nach Mitte März haben wir dann bezahlt auch voll bezahlt ähm sieben Tage bezahlungsziel und das Ganze ging äh dann bis April äh also dauerte dann auch länger als man eigentlich dachte April kamen dann halt endlich die Zulassungsmöglichkeiten ich habe selber zugelassen das ging am Ende genauso schnell wie über den deutschen Autodienst und ähm ja Auto war zugelassen Ende September also in der in der Rechnung stand dann Liefertermin April ja Ende September äh Ende April immer noch nichts ähm am 30. wurden wir noch angerufen ähm dass es nichts mehr wird mit der Lieferung im April ähm okay und bei mich eigentlich ist es so leise ne ich höre dich okay gut 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 dieses Monat okay ähm ähm ja genau April Ende ähm war man schon so oh Gott das hat so lange gedauert ist das alles schon erledigt Auto schon zugelassen ich habe hier alles Kennzeichen und sowas soll das ähm schon Anwalt äh Termine gemacht und sowas weil in den AGBs stehen dann bestimmte Sachen mit sechs Wochen ähm nach Lieferung beim Verkäufer alles ein bisschen durcheinander ähm gut jetzt war Mai und äh man wurde weiter vertröstet ähm und ähm kurz den Faden verloren ähm du hast die Kennzeichen gehabt und äh eigentlich soll das Ende April kommen dann war es Mai immer noch keine Spur vom Auto naja ähm grundsätzlich hatte ich ja schon die erste Liefertermin ist ja in den AGBs ähm entweder verbindliche oder unverbindliche Liefertermine der erste war also eigentlich Januar schon darauf habe ich aber nicht regiert weil ganz entspannt ich habe ein China-Auto bestellt ein Elektroauto von einem Startup also waren wir ja alle entspannt ähm da habe ich noch nichts gemacht April war es dann eigentlich schon zu spät weil sechs Wochen weiß jeder ist dann Mitte ähm diesen Monat und vorher kann ich tatsächlich gar nichts dagegen machen ähm dass ich das alles nicht habe und ähm gut Mai wurde dann halt immer wieder telefoniert äh Euronics selber hat dann auch schon angeschrieben ähm äh die halt einen super Job gemacht haben und äh immer alles unterstützt so gut es geht aber selbst sie haben halt nur einmal in der Woche ein Meeting gehabt mit iWays und haben auch nur sperrliche Informationen und sind ja auch nicht gerade am News darüber wie das abläuft und ähm Euronics hatte dann mit dem ähm der für mich zuständig war halt dann auch zweimal sozusagen ähm Beschwerde E-Mail geschrieben an iWays auch und ich sollte halt auch möglichst täglich anrufen irgendwie ist ihre Erfahrung umso mehr man äh klagt umso eher kriegt man den Wagen ähm und es geht gar nicht dann kam halt die Geschichte äh ich war auf Arbeit wir ja Auto KW 22 ist jetzt äh war ja dann Freitag genau letzte Woche äh diese Woche ja am Sonntag noch ähm äh ja und gut dann äh dachte ich ich hab noch mit Mann gehabt geredet und hier und da und dass es nicht funktioniert dann hab ich iWays nochmal angerufen weil Freitag was ist denn nun KW 22 naja ähm Auto steht bei hier immer noch als bearbeitet er geht er geht aber davon aus dass es dann wohl eher 3KW 23 wird ähm ähm aha und wo ist mein Auto jetzt und so na das kann er nicht sagen ähm steht hier halt nicht drin und so eine Sache also das Übliche was ich schon immer gehört habe also aufgelegt erstmal wieder so ja was willst du machen ähm ich kann natürlich ähm widerrufen den Kaufvertrag oder alles irgendwie zurückabwickeln obwohl ähm ich hab ja auch schon die ähm Umweltprämien beantragt und so ich weiß nicht was da rausgekommen wäre also warten wir 20 Minuten ein Ruf ähm von Euronics ähm die ersten Worte waren ähm sie haben die Kennzeichen via ihr Auto und dann dachte ich so ich hab gerade mit denen telefoniert die wissen von nichts und bis heute hat auch keiner von IWays angerufen ähm irgendwie ja sich die wissen wahrscheinlich gar nicht genau dass du dein Auto schon hast ja das wissen die wahrscheinlich auch nicht obwohl die schon eine E-Mail haben von Euronics wegen der Übergabe die wir dann auch noch gemacht haben das war dann schnell angerufen ich müsste aber hast du den jetzt am Samstag gestern bekommen oder vor einer Woche nein nein jetzt Freitag äh vorgestern okay also du bist dann wirklich erst ein, zweimal mit dem Auto gefahren so mal überspitzen richtig richtig funktioniert denn alles so wie du es dir vorstellst oder hast du schon Probleme festgestellt ähm es funktioniert tatsächlich bei uns alles ganz gut wir haben sogar die neuen Schlüssel obwohl der Wagen im November letztes Jahr hergestellt wurde es gab dann halt noch mal neue Schlüssel die den Ersatzschlüssel gleich mit drin haben die ersten Schlüssel haben das nicht ähm und äh bei mir funktioniert software technisch alles also ähm Apple CarPlay funktioniert EasyCon funktioniert DAB äh Plus Radio funktioniert ähm ich hab ein Standardmodell also von 19 zugelassenen Fahrzeugen ähm das Standard nicht das Premium ähm ähm und äh ja ansonsten Schnellladung hab ich noch keine gemacht aber das normale Laden funktioniert eine OpenWB leider ähm das PV geführte Laden funktioniert nicht wenn er 15 Minuten aus ist oder sowas dann lässt er sich nicht mehr durch die Ladestation starten man muss einmal den Stecker raus und wieder rein machen das ist vielleicht kommt das ja noch natürlich irgendwie auch durch Updates und so muss man abwarten genau das ist ja eine Kombination auch mit ähm eine Kombination mit dem OpenWB also letztendlich die Ladehersteller von der Wallbox und dann halt iWay Saver das muss man halt gucken das ist das sind aber darum her grundsätzlich vom Auto funktioniert alles ich hab ähm komische Beulen an den ähm ähm Scheibenrahmen unteren also das wird natürlich alles dann noch gewechselt ähm aber sonst hab ich halt eigentlich also Lack drinnen ich hab ja Stoffsitze ich find die super ähm also die sind auch top also ich hab so nichts auszusetzen darum wie auch immer wie alle es eigentlich sagen das Auto ist top iWays an sich wahrscheinlich auch nur die deutschen also die deutsche Zentrale und die Abwicklung die ganze die ist furchtbar ja wie kann sowas im 21 aber gut der Auto kann auch das ein oder andere über Hyundai Österreich erzählen da ist es auch chaotisch ähm und da scheint iWays München ja ins gleiche in die gleiche Gruppierung in die gleiche Schublade zu gehören ähm ich kann auch noch eine Geschichte erzählen ich sollte ja auch ähm äh vor einigen Monaten das war irgendwann Ende Februar Anfang März ähm wurde ich auch von einem Kontakt von Euronics angerufen der hatte gesagt hier du kannst dir ein Auto äh mal für 3-4 Tage von einem Euronics Händler holen ich sag jetzt nicht von welchem ich hab dort angerufen bei dem Euronics Händler und da wurde gesagt ja ähm wir haben da einen Mitarbeiter der ist für die Probefahrten zuständig der disponiert das Auto der meldet sich bei Ihnen ich hab dann nie wieder was davon gehört und hab dann auch gesagt okay dann lass ich es jetzt gut sein ich hab den iWays 5 ja schon in einem Video mal behandelt ich muss nicht unbedingt nochmal ein Video machen und dann kam 3-4 Wochen später eine Mail von einer Agentur von so einer ja Werbeagentur halt und die haben mir gesagt ja ähm äh haben Sie Lust den iWays 5 mal Probe zu fahren ne hab ich gesagt ja klar können wir machen was sind denn die Bedingungen und dann schrieb sie zurück ja Sie können sich einen Händler aussuchen wo das Auto ist da fahren Sie hin und dann können Sie 4 Stunden das Auto fahren und dann fahren Sie wieder nach Hause sozusagen ne und sie hat aber nach einer Kooperation angefragt da hab ich nur zurückgeschrieben ja was soll das für mich für einen Sinn machen ähm äh ich hab das Auto schon mal ähm reviewt ja zwar nicht in dem ausführlichen aber 4 Stunden ist jetzt auch nicht die Welt ähm zum Probefahren und äh da hab ich noch gesagt ich muss hinfahren zu ihrem äh iWays Händler das sind auch äh eine Strecke 50-60 Kilometer auf jeden Fall fahr zurück und äh ich kann nicht mal sicher sein dass ich über die Videoeinnahmen die Fahrtkosten wieder raushole äh das ist kein kein Business Szenario sozusagen für mich und da hatte ich auch schon den Eindruck äh wie kommt denn iWays auf die Idee dass ähm dass sie äh Journalisten ich sehe mich jetzt mal als Journalisten da ansprechen über eine Agentur und sagen ja fahr mal zum Euronics Händler fahr doch das äh Autoprobe mach ein schönes YouTube Video dazu kriegst du 4 Stunden das Auto ähm hast also dann 4 Stunden da gefahren von mir aus dann musst du es noch schneiden musst hinfahren musst zurückfahren und ähm wir freuen uns dann wenn du für uns praktisch das Auto vorstellst und dann auch indirekt natürlich wenn es dir gefallen hat eine schöne Werbung dafür machst ne ähm wenn große Händler bei mir steht jetzt ein Auto vor der Tür Listenpreis 116.000 Euro das hat mir natürlich auch nach vielen Betteln und Bitten Audi äh vor die Tür gestellt und die holen es übermorgen wieder ab nächste Woche kommt ein iX3 von BMW kriege ich für eine Woche zwar nur aber der wird gebracht wird wieder abgeholt ähm ich hatte den i3 wurde gebracht wurde wieder abgeholt zwei Wochen fahren Kilometer frei Ladekarte dabei und ähm dasselbe gilt für Hyundai der kommt dann ähm Hyundai Kona der ähm Volvo XC40 kommt und es ist alles dasselbe Prozedere normalerweise zwei Wochen einfach für Testfahrten zur Verfügung und ähm eine Ladekarte dabei und Kilometer frei so und natürlich erhoffen sich die Autohersteller davon natürlich auch Videos und wieder Reichweite und dass das Auto auch an an die Zuschauer weitergetragen wird und dann vielleicht einer sich auch so ein Auto kauft ne das ist im Endeffekt natürlich die Hoffnung aber ein Unternehmen wie iWs die in Deutschland total unbekannt sind und das ist einfach immer noch Fakt die wenigsten wissen dass es iWs gibt ich hab ja auch meinem ähm meinem VW-Verkäufer davon erzählt dass ich auch mal einen ID den U5 in Erwägung gezogen hab der hat gesagt was für ein Ding der hat noch nie vorher von iWs gehört und wenn man so ein kleines Unternehmen ist dann muss man mit den Kunden es sehr gut machen man muss sich um die Kunden bemühen weil alle die das Auto gekauft haben ob Ex-Westfale ob Platinum Plat, plant, plant, plant du weißt wie ich mein Platinendrache Platinendrache ja völlig egal wer das ist die müssen einfach glücklich mit ihrem Auto sein die müssen glücklich mit dem Kauferlebnis sein und die müssen zufrieden sein mit iWs wenn das so läuft wie beim Platinendrache wenn das so läuft wie bei dem anonymen Zuschauer der mir die E-Mail geschrieben hat wenn das so läuft wie beim beim Eugen glaube ich der hatte dann auch im Chat ganz am Anfang vor dem Stream auf YouTube geschrieben dass er auch ich glaube auch zwei Monate auf das Auto gewartet hat nach nach Bezahlung wenn es so läuft wie bei dem einen Beitrag auf Facebook dass er auch zwei Monate aufs Auto warten muss nach Bezahlung das erzählt ihr natürlich oder wenn dich einer fragt da sind ja richtig viele die diese Probleme hatten und du hattest das in dem YouTube Stream oder vorhin darüber habe ich es jetzt mitbekommen erwähnt dass du ja so klein bist und sowas alles klar so gesehen YouTube technisch bist du klein unter den E-Mobilisten bist du ein Riese aber Gigant zack Gigant Plastik aber tatsächlich sind für diese Nische in der wir immer noch sind sind diese YouTube Kanäle durchaus wertvoll und ich kann auch gar nicht verstehen wie also wie du schon sagtest was dir da gestellt wird von den großen Herstellern ja und da hingegen wärst du ja wirklich ein kleiner die haben bestimmt noch die haben mit anderen Kanälen gearbeitet mit ihren Verbrennern aber die sehen natürlich die die Sache es gibt ja nicht so viele riesige Kanäle in Deutschland die das dann irgendwie weitertragen und das ist ja billige Werbung eigentlich ein Auto hinzustellen jetzt kommen die da mit vier Stunden an und irgendwie zieht sich das durch bei Alves wo ich frage was für die zuständige Presseleute haben die bei Alves die die also haben die das Schlechteste abbekommen was das auf dem deutschen Markt noch gibt und alle anderen sind eben bei BMW und Mercedes und Co das ähnliche sehe ich ja bei MG irgendwie ich meine so richtig was rum kommt da jetzt auch noch nicht das ganze Gegenteil da muss ich dir widersprechen weil MG hat mir innerhalb also ich habe die angeschrieben morgens früh um 8 um 10 Uhr hatte ich einen Anruf und es wurde gefragt wann möchten sie das Auto haben wann haben sie Zeit und der MG kriegt auch Moment wer kriegt den auch ich glaube einfach elektrischer hat den auch gekriegt ich glaube Batterielife kriegt den die gehen jetzt raus die haben die Autos jetzt auf dem deutschen Markt der MG ist ja jetzt erst bestellbar der ist ja in England schon länger also der ZS EV MG gibt jetzt Gas und die haben mir das Auto für zwei Wochen gegeben mit Ladekarte die haben es gekriegt okay dann ist es noch schlimmer dann muss ich da muss ich Michi wirklich recht geben also MG ist da wirklich top angeschrieben am selben Tag noch eine Antwort sagen sie uns einen Zeitraum du kriegst das Auto gleich für zwei Wochen und mit einer Ladekarte drinnen und ohne Rundum-Sorglos-Paket das wird hier vor die Tür gestellt und bei Airways ja ich wollte den ja auch mal so mir angucken weil ich mich ja selber dafür interessiert habe da von Airways kam erst mal gar keine Antwort dann Euronics da kam dann eine Antwort müssen sich an den Händler wenden dann habe ich mich an einen Händler ja hier in Berlin gewandt der hat dann gesagt ja ich würde ja sofort machen er setzt sich mal in seinem Teammeeting mit Airways auseinander die haben dann gesagt ich muss mich an die Pressestelle wenden habe dann die Pressestelle in Kontakt bekommen und ja auf die erste Mail habe ich keine Antwort bekommen auf die zweite Mail lass mich kurz überlegen habe ich keine Antwort bekommen und auf die dritte Mail habe ich keine Antwort bekommen also ich weiß nicht in welchem Mülleimer die gelandet sind aber der Kontakt zu Airways ist eine absolute Katastrophe das ist wirklich das aller allerletzte ich habe bis heute das einzige Angebot was war halt von dem Händler der hat gesagt naja ich kann ihnen eine normale Probefahrt anbieten von einer Stunde mit einem Mitarbeiter auf dem Beifahrersitz sagt ja toll danke tschüss also sorry ja Steve ich muss aber ein bisschen zur Ehrenrettung von Airways muss ich auch sagen diese Erfahrung die du jetzt mit Airways gemacht hast die macht man natürlich als kleiner YouTuber auch mit den großen Herstellern also ich zumindest habe schon ganz oft die Erfahrung gemacht dass die auf Mails.net antworten und ich dann auch teilweise mal ein halbes Jahr später nachfase und dann ah ja ich habe sie ja vergessen ich kümmere mich drum und dann ich wieder ein halbes Jahr später nachfase und das geht langsam erst so los dass ich mich jetzt langsam bei einigen Herstellern so ein bisschen scheinbar in die Datenbanken rein wühle aber auch nur durchs nicht nachlasen also das ist ein Problem das sehe ich tatsächlich bei vielen Herstellern das habe ich so wie bei MG habe ich das bei noch keinem erlebt sage ich ganz ehrlich aber so wie bei Airways habe ich es auch überhaupt noch nicht erlebt also ich glaube dass man dort auf dem hohen Ross sitzt nach allem was ich gehört habe nach allem was ich selbst mitbekommen habe sitzen bei Airways Leute die glauben die Leute würden auf Dauer denen das Auto einfach so aus den Händen reisen und das glaube ich nicht ich glaube dass jetzt Early Adopter begeistert sind aber dass viel Werbung viel Arbeit im Bereich bekannter machen dass das einfach notwendig ist und dass das sein muss und da glaube ich wird Airways dran scheitern wenn sie ihr Verhalten nicht ändern und auch der Umgang mit den Kunden natürlich das ist das Allerwichtigste weil jeder Einzelne von euch ein Multiplikator ist War gerade eine Wortmeldung? Möchte ich ganz kurz möchte ich nicht in Abrede stellen dass das vielleicht bei anderen Herstellern ähnlich ist wie gesagt dazu habe ich ja noch keine so großen Erfahrungen weil ich ja eigentlich keine Autoreviews mache sondern weil ich ja mich einfach auch irgendwo persönlich für das Fahrzeug interessiert habe und eigentlich so einen anderen Schwerpunkt darauf legen wollte aber das ist natürlich trotzdem sehr ernüchternd wenn du da halt eben anfragst an sich Stellen und erfährst dann halt okay der eine kriegt von dem anderen einen Maulkorb verpasst der kann da nichts machen der darf das Ding nicht dann wurde gesagt aus versicherungstechnischen Gründen darf Euronics das Fahrzeug nicht länger als eine Stunde und nicht ohne einen Mitarbeiter auf dem Beifahrersitz und so weiter und so fort das ist dann halt einfach nur nervig und irgendwann also wenn ich dann als YouTuber schon irgendwann entnervt aufgebe dann möchte ich nicht wissen wie es vielleicht dem einen oder anderen Kunden geht der vielleicht sagt naja Elektromobilität vielleicht noch nicht so safe und ich hätte es ganz gerne ich würde ganz gerne mal über eine Woche über ein Wochenende Probefahrt machen oder sonst etwas oder selber mal sehen wie ist denn das mit dem Laden und so weiter da bringt es mir nicht wenig wenn ich vom Hof vollgeladen runterfahre und halt eine Stunde mit jemandem auf dem Beifahrersitz habe der mir nur erzählt wie toll das Auto ist sind wir realistisch aber im Moment können sie ihre Stückzahlen scheinbar komplett an den Mann bringen ganz im Gegenteil die haben ja schon das Geld und haben die Autos noch nicht mal da das ist natürlich eine Luxussituation aber eins ist auch klar irgendwann kippt das also das kann man sich auf Dauer als Kleiner und das ist ja ein Startup die sind in Deutschland völlig unbekannt und erlauben sich so eine Public Relations Katastrophe ich verstehe es ich habe dann auch mir ehrlich gesagt ich habe dann auch gesagt also ich habe keinen Bock mit IWs was zu machen weil ich da keinen Respekt spüre keine Akzeptanz der Arbeit des Infraulensers weil wir machen uns ja auch Arbeit wenn du morgen übermorgen das Audi Video guckst du dir nicht an aber wenn du dir erzählen lässt wie viel Arbeit ich da reinstecke da ist richtig Aufwand dahinter und wenn Audi so ein Video produzieren lassen würde würde die tausende kosten man muss hier nur mal runterscrollen weil alle sind oh sorry ja bitte nee nee ich hatte irgendwo gerade nein wenn ich hier nur runterscroll ich muss vorher mal mal gucken Steve ist ja auch irgendwie alle überall trifft man immer Leute alte Bekannte ja nee du hast vollkommen recht das funktioniert nicht und der Umgang mit den Kunden und alleine schon angerufen du kriegst immer dieselbe Leier gehört und sie wissen nicht wo das Auto ist und so mit ganzen Sachen das ist echt furchtbar gewesen und die meisten die wahrscheinlich wobei da sind viele Leute dabei die tatsächlich nie was mit dem Elektroauto zu tun hatten also durchaus Facebook Gruppe kriegt man das mit da sind eine Menge Leute die tatsächlich das erste Mal ja aber die sind irgendwie das ist nicht der normale Standardkunde das glaube ich nicht das sind Leute die sich dafür begeistern die den Preis-Leistung sehen die das Auto sehen die sich informieren ja und das ist aber nicht der Standard der Standard ist bei seinem Kaufverhalten glaube ich anders aber vielleicht irre ich mich und es wird ein Riesenerfolg wie iWay sich jetzt verhält ich glaube nicht dran ich glaube so kann man mit Kunden nicht umgehen und so kann man na gut mit uns kleinen YouTubern kann man natürlich so umgehen aber ich sage es mal so wenn man eine gewisse Außenwirkung erreichen will und die Marke bekannter machen will sollte man sich vielleicht auch der Hilfe von Info-Lensern bedienen weil ein paar Leute gucken ja doch unsere Videos dann doch auch das habe ich ja damit sagen wollen dass ihr alle gar nicht klein seid in unserer Blase sozusagen genauso Steve du viele andere die in dieser Richtung sind und so die sind sehr sehr wichtig weil die Leute gehen auf YouTube und was kommt denn da ja also dementsprechend muss man das eigentlich so haben und ich kann nur hoffen ich habe ein iWays jetzt gekauft ich muss eigentlich hoffen dass die nicht gleich wieder nächstes Jahr pleite gehen oder sowas also ich das habe ich denen auch immer gesagt ich bin ja jetzt bei mir kann man nichts mehr ändern ich bin ja jetzt drin und damit muss ich durch und ich bin leidensfähig und sowas alles gut aber das Wichtige mir war ja immer nur dass die Leute bei iWays daraus wirklich lernen und das wirklich verbessern und das hoffe ich einfach nur ja es ist auch ein sehr schöner ein sehr schöner Schlusssatz weil ich stelle auch gerade fest wir haben schon wieder 12 Uhr durch und ich muss morgen ja auch schon wieder um 11 Uhr aufstehen um mehr Essen zu machen ja und deshalb machen wir so langsam auch einen Strich drunter ich hoffe alle also ich hoffe auch dass der Ex-Westfale falls er noch da ist sich gut vertreten fühlt es ist jetzt auch nochmal ein U5 Besteller mit dem Platinentrachen mit dazu gekommen und gegen das Auto sagen wir gar nichts aber wir sagen was gegen das Management Susannes Urlaub ist vorbei das ist tragisch das tut mir leid und ich mache jetzt meine Liegestütze wir machen also jetzt hier eine Schlaufe um den heutigen Livestream-Abend und ihr könnt euch nochmal überlegen wen wir raiden sollen falls überhaupt noch jemand online ist und ich mache jetzt mal meine 17 gut ich mache 18 Liegestütze mindestens ich probiere 20 ich probiere 20 hinzukriegen also wer soll geradet werden der Kim ist einsam und alleine unterwegs ich werde gerade ja genau genau die Störche reichen doch aber da wo ich arbeite da ist auch ein Eiweiß-Standpunkt wo man welche leiden kann der Kollege meint da gibt es Eiweiß-Autos 22 22 22 ok und ich sehe auch gerade der Ralf hat abonniert aber die Liegestütze war mit dabei Ralf und der Hade auch nochmal 10 Bits gechiert also vielen Dank der Kim fährt ganz alleine im Auto ok das ist ein sehr guter Vorschlag ich denke da sind wir alle mit einverstanden der liebe Kim ist ganz alleine unterwegs wir sind hier los warum das das ist alles nett hinterlegt schnelle Aktion geht im Moment nicht was ist denn hier los wenn ich lad mal neu genau das ist der Kim das war bei mir auch heute jetzt geht es scheinbar Kanal reden PTSO ok Discord wollt ihr mal Tschüss sagen PTS08 PTS08 heißt das Tschüss 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 Das waren sie schon alle dann bedanke ich mich beim Discord und ich bedanke mich bei allen Zuschauern allen Chatteilnehmern und ich wünsche allen viel Spaß mit dem U5 und dass ihr den möglichst schnell habt und nicht schon Monate vorher alles bezahlen müsst ich sage schön mit Ö wir sehen uns auf jeden Fall nächsten Sonntag spätestens wieder ansonsten war es das für heute bleibt gesund nicht zu viel Stress und wir gehen rüber zum Kim kommt alle mit der freut sich der freut sich wie ein Schnitzel und dann sagt er alle ihr schreibt alle Tesla ist Kacke in den Chat bitte alle Tesla ist Kacke in den Chat schreiben gut Leute wir reden also Tschüss so wir müssen raus bis